Ich würde sagen, läuft, ne? Noch. Jetzt mal lose 12. Ah, hier nochmal Knobloch nehmen sollen. Shit. Egal. So, jetzt kommt schon die Wehrwölfe. Die sind auf jeden Fall HP-mäßig uns gut überlegen. Die Armschiene oder den Handschuh, wie ich ihn genannt habe. So, jetzt kommen die... Geisterwillen. Oh. Oh. Boah. Die ganzen Werbefilme müssen weg. Drei Items ist schon mal ganz geil. Oh oh. Musst du weg. Musst du weg. Gib mir die Bibel. Ich muss rennen. Boah. Zu lange Gegner berührt. Scheiße. Aber ich krieg hier auch keine Zonne mehr, ne? Und mein Leben abgreifen könnte. Aber wir haben Regeneration drin. Ist halt nur lang genug überleben. Boah. Boah. Ich hätte mehr ein Action-Game nehmen sollen, ne? Ist ja auch Action. Ja, aber, ne? Ich drücke nur WSD. Mehr mach ich ja nicht. Okay. Whisate's, ov- perché! Ich schaue- ... ... ... ... Da wurden wir einfach eingekesselt, du. 1276. Ne Erfahrung pro Rang. Hä, warum war das jetzt so günstig? Achso, war gar nicht günstig. Okay. So, selbe Spiel nochmal mit Antonio. Aber wir gehen auf Map 2. Ist ein bisschen anspruchsvoller. Weil da geht es nur von links nach rechts. Kennen die meisten wahrscheinlich auch. Oh, geh weg. Ja, direkt. Das war ja nicht nett von dir. So Leute, ich hoffe ihr habt Bock morgen auf Rocket League. No, sagt der Gräuner. Ja, es passiert so schnell, ne? Ich hab die Bibel genommen. Musik geht eigentlich, oder? Ja komm, Knoblauch nehmen wir. Ja, ich hab die Bibel genommen. Cola. Mmh. Mmh. So mit Carver, ne? in den nächsten level ab aber ist es gar nicht ein durch zum werfen erhalten wir mal eine laufrichtung sind schießen die manchmal oben ich habe dazu ja so kleine boss waffe feuert mehr geschosse ab das nehmen wir mal auch kiste die beitsche das fällt auch eingeschossen mehr ab okay wohnen nach vorn nach hinten ja bei der ne oh ja haben noch mal haben verriert die abklingzeit von waffen um acht prozent der folie an natürlich genommen drei plätze noch frei für das spezialwerfen und so Und danke, Gräuner, für die EPN, ne? Ich gucke mir das gleich nach dem Stream mal an. Auch wenn, ihr könnt auch gerne Vorschläge geben, ne? Auf Discord gibt es eine eigene Reaktion darüber. Und verschneller an unsere Projektile. Ich bin gespannt, Gräuner. Ich bin gespannt. Reiterkiste? Nein. Nein, nehmen wir den Dolch. Okay. Ich hatte den Dolch einmal komplett ausgebaut. Dann schießt er richtige Messerwände. Schaden. Schaden. Ich versuche es mal ganz nach rechts zu laufen. Da gibt es nämlich noch ein Item, das ich noch nicht habe. War auch bloß, wenn ich die nicht verpassen würde, ne? Die Items. Okay. Wann kommt denn das Ding? Weg. Die Explosionsvierer sind scheiße. Die Explosionsvierer sind scheiße.